Laura, was magst du heute? Ich gehe einkaufen. Wann gehst du los? So gegen vier. Könntest du mir bitte ein Brötchen mitbringen? Klar. Hast du genug Geld? Ich glaube nicht. Wie viel hast du? 25 Dollar. Denkst du, das reicht? Das ist nicht sehr viel. Das wird reichen. Ich habe ja auch noch zwei Kreditkarten. Danke. Bis später. Laura, was magst du heute? Ich gehe einkaufen. Wann gehst du los? So gegen vier. Könntest du mir bitte ein Brötchen mitbringen? Klar. Hast du genug Geld? Ich glaube nicht. Wie viel hast du? 25 Dollar. Denkst du, das reicht? Das ist nicht sehr viel. Das wird reichen. Ich habe ja auch noch zwei Kreditkarten. Danke. Bis später. Laura, was magst du heute? Ich gehe einkaufen. Wann gehst du los? So gegen vier. Könntest du mir bitte ein Brötchen mitbringen? Klar. Hast du genug Geld? Ich glaube nicht. Wie viel hast du? 25 Dollar. Denkst du, das reicht? Das ist nicht sehr viel. Das wird reichen. Ich habe ja auch noch zwei Kreditkarten. Danke. Bis später. Bis zum nächsten Mal. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Bye. Bye. You Bye. Bye. Untertitelung des ZDF, 2020